Gute Nachrichten! Millionen Rentner sollen wegen hoher Energiepreise entlastet werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Millionen Menschen, Rentner, Studenten, Arbeitnehmer mit geringen Einkünften, Aufstocker und Sozialgeldbezieher können die explosionsartig gestiegenen Gas- und Strompreise nicht bezahlen. Und schon gar nicht die zusätzlichen drei Umlagen, die ab dem 1.10.2022 auf uns zukommen sollen. Die Bundesregierung hat aufgrund des massiven Drucks auf sie für Millionen Menschen durch Bundeskanzler Scholz ein drittes Entlastungspaket angekündigt. Dieses Paket soll folgende Inhalte haben. Und zwar eine große Wohngeldreform mit einer deutlichen Ausweitung des Wohngeldes, Einführung des Bürgergeldes, Erhöhung von Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag, Erhöhung des Kindergeldes, die Einführung einer Übergewinnsteuer, Änderung an der Einkommenssteuer, Wirtschaftshilfen für energieintensive Unternehmen und weitere Einmalzahlungen an Bedürftige. Insbesondere sollen diejenigen entlastet werden, die wenig Geld haben oder nur normal verdienen. Das dritte Entlastungspaket wird alle Bevölkerungsgruppen umfassen, so sagt es Kanzler Scholz. Und das gelte vor allen Dingen für die Menschen mit geringen, aber auch normalen Einkünften, wie Rentnerinnen und Rentner, aber auch Studierende. Niemand soll vor unlösbare Probleme wegen den gestiegenen Energiekosten gestellt werden. So sagt es der Bundeskanzler Scholz. Finanziert werden soll dies auch durch die Einführung einer Übergewinnsteuer. Vorbild für diese Steuer ist das Mutterland des Manchester-Kapitalismus, Großbritannien. Die konservative Regierung in Großbritannien hat auf Übergewinne der Energiemultis eine Übergewinnsteuer eingeführt. Die maßlosen Gewinne der Energieunternehmen in Großbritannien werden dort zum Teil abgeschöpft und dem Staatshaushalt zugeführt. Und genau deshalb gehört die Übergewinnsteuer auch in Deutschland eingeführt. Damit die unerträglichen und maßlosen Gewinne der Energiekonzerne in Deutschland solidarisch einen Beitrag zur Lastenverteilung wegen der hohen Energiepreise darstellen können und auch zugunsten Millionen von Menschen, Rentnerinnen und Rentnern und armen Menschen eingesetzt werden können. Sobald konkrete Daten des dritten Entlastungspaketes vorliegen, werden wir selbstverständlich berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.